Hey meine Rabeauken, dieses Spiel kennt ihr vielleicht und zwar wird dieses Haus, also wir werden eine Purge kriegen, das heißt alle Straftaten sind erlaubt und uns wird so eine mega Gangster Gang, wird uns angreifen und versuchen zu töten. Da müssen wir das Haus verbarrikadieren und so weiter. Ihr kennt das Spiel, wir haben die erste Episode nämlich bereits gespielt. Es gibt aber ein fettes, fettes Update. Ja, es gibt nämlich jetzt eine, das finale Ende gibt es jetzt. Mit dabei ist EO. Hallo. Hi. Das heißt, es kann ganz gut möglich sein, hier kommt gleich die Meldung, das kennt ihr ja alles schon, es kann ganz gut möglich sein, dass wir jetzt ein bisschen was überspringen und dann zuschalten, wenn die neue Story beginnt. Wenn ihr so den ersten Part nicht gesehen habt, da würde ich euch dringend empfehlen, den euch reinzuziehen. Ja. So, ich hab einen Apfel, der heilt, nice. Ich hab einen Apfel, ich hab auch eine Cola eingesammelt. Warte mal, man kann die aber alle aufmachen. Und Geld. Zeig mal, wo das war. Ich hab auch Geld. Wenn du die Treppen hochgehst und dich umdrehst, Ben, da war so eine Ablage, wo du drauf springen kannst. Erinnerst du dich noch dran? Nee. Warte mal, haben wir überhaupt die... Ach nee, wir haben nicht die gleichen Sachen, oder? Oder? Ich glaub, man kann das mehrmals aufsammeln, glaub ich. Okay, okay. Wo bist du denn gerade? Hä? Oha, Alter, guck das mal an. Wo bist du? Ja, ich bin in grün. In green. Ach, raum, grün? Alter, ich hab zwei Äpfel. Blue. Und Geld. Green. Ich hab einen Cookie. Check mal aus, ob da beim Nachtschrank ein Cookie ist. Warte, hier ist gar nichts. Ah ja, das ist ein Cookie. Ja, siehst du, man kann die Sachen nicht doppelt, Finn. Dann sag mal, wo du deine gefunden hast. Okay, warte. Komm mal zur Treppe. Bist du... Nein, nicht schlafen. Bist du bei der Treppe? Ja. Siehst du's nicht? Warte mal, wo bist du? Ich bin nicht. Hä? Ah, da, hier. Komm mal da oben. Ah, da. Du musst halt versuchen, irgendwie draufzuspringen. Ja, easy. The first strike, Schau. Ja, gut. Alter, ich hab zwei Äpfel, ein Cookie und eine Coke. Okay, 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 okay. Unten in diesem, äh, hast du die in der Garderobe unten im Wohnzimmer? Warte, Wohnzimmer und im Wohnzimmer? Direkt neben der Treppe unten. Da sind zwei Sachen. Einmal Geld und einmal... Ach so, warte, 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 warte. Habe ich, habe ich. Ah, die würde ich nehmen. Habe ich. Aber ich esse die jetzt noch nicht. Nice. Alter, ich hab so viel Heel. Ich auch. Und ich hab ne Waffe, weil ich hab mir das Kit gekauft. Das hatte ich mein... Hätte ich mein Zimmer nicht. Warum steht da oben mein Name? Ich hab ein Schwert, ich hab drei, vier, ich hab fünf Heel-Sachen. Ja, okay. Alter, man kann etwas in den Ofen schieben. Ach, man kann auch Sachen kochen, ne? Ja, stimmt, die konnten doch einen Apfelkuchen... Oh, oh, und es geht los. Mit einem Apfelkuchen brauchen wir drei Äpfel, Ben. Ich hab zwei. Ich hab auch zwei. Die Frage ist, wie? Aber lohnt es sich, einen Apfelkuchen zu machen? Das ist ja die Frage. Weiß es auch nicht. Oder ein Glazed Apple mit zwei... Habe ich auch nicht. Fernseher. Ah, jetzt kommt die Meldung, das Purge... Komm, setz dich dazu. Der hat den Schlüssel geschoten. Hä? Alter, was ist das für ein Riesen... Okay. Ich bin ein bisschen nah. Let's go. Ja, skippen wir, kennen wir schon. Vorbei. Ich hab halt eine Waffe. Wir haben im Keller jetzt Waffen freigeschaltet, ne? Ja. Kennen wir ja. Aber ich hab ja eine Waffe. Ist meine besser? Ich glaub schon, ne? Ich hab ein Schwert halt. Ich behalte meine Schwert. Ich brauch keinen... Einen Apfel. Den nehm ich auf jeden Fall mit. Oder einer hat zwei Apfel gegessen. Nein, das kann ich mit Apfelkuchen machen. Okay, Apfel, Apfel, Apfel. Noch ein Apfel. Vier Äpfel. Ich mach jetzt einen Apfelkuchen. Nice. Oh, jetzt passiert was. Oh nein. Ben, wir sind schwächer, weil wir Kinder sind. Ach, deswegen haben wir nur halbe Energie. Warum sollte man dann Kinder nehmen? Ist ja voll dumm. Verdammt, aber jetzt ist es zu spät. Wie kann ich mir denn den Apfel kochen? Ja, das weiß ich nicht. Nein, jetzt hab ich den Apfel gegessen. Oh, jetzt noch ein Cookie. To cook hold an item... Mann! Ich wollt grad kochen. To cook hold an item in hand and click on the dish. Nein, jetzt hab ich den gegessen! Jetzt hab ich nur noch zwei Äpfel. Oh nein. Oh, das sind drei Stück Pizza. Warte, warte, warte. Pizza, 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 pizza. Soweit, so gut. Ah, die Katze. Die darf man nicht andrücken, ne? Ja. Das kriegt man Schaden. Okay, soweit, so gut. Gratis. Ja, was ist das? Kann ich die Rakete nehmen? Ah, der ist, glaub ich, in Sachen feststeckt. Lass mal gucken. Nee, okay. So, also auf jeden Fall. Irgendwo war ein Code, weißt du noch? Ah ja, stimmt. Das war irgendwie... Gratis, der Boss auf jeden Fall... Share your weapons, you're only one. Ja, ich hab da schon eine Waffe. Ich kann gar keine Waffe nehmen, siehst du. Gratis, der Boss oben bei uns im Haus. Ihr seht das da. Ja, der fightet grad gegen... Der fightet gegen irgendwas? Ist der doof? Ich weiß nicht, was der macht. Auf jeden Fall, stimmt, wir müssen irgendwie was hier. So einen Hinweis suchen. Ey, der fightet doch gegen was. Siehst du das? Ach nee, die versuchen hier reinzubrechen. Eieiei, Karamba. Jetzt müssen wir durch so einen Geheimgang, ne? War das nicht so? Nee, wir müssen... Guck mal, wir müssen diese Leiter hier mitnehmen. Und dann müssen wir erst gegen die Kämpfe. Ah, Dachboden. Ich hab die Leiter. Oh, pack, das macht dir Schaden. Hab's gedroppt. Okay, okay, weil wir müssen zuerst gegen den kämpfen. Okay, okay, okay. Hey, ist der Dummere, der? Hä? Ach, der fightet gegen da oben. Oh Gott. Ich hab fünf Schaden bekommen. Oh, ich hab so viel Schaden. Unheimlich viel Schaden bekommen. Ah, der wird mir hinterher. Ja, die sollen mal kämpfen, Alter. Ich kämpfe... Ah, hier ist ja noch ein anderer. Oh nein. Müssen wir die alle besiegen? Muss man mal die Kekse essen. Mein, der... Ah! Wir spawnen immer wieder neue. Wir müssen die nicht besiegen. Häng hier fest. Ich nehm die Leiter jetzt einfach. Let's go. Ja, du kannst aber noch nicht raus. Hey, klar. Nein, die Tür ist zu. Ach so. Echt jetzt? Ja, wir müssen die erst besiegen. Ey, der eine kriegt den hier auch nicht tot. Ich hab einen. Alter, das ist schwer. Ich hab mir mal den Medic holen sollen. Dann könnte ich mich wenigstens heilen, Alter. Ah, jetzt. Bloxy-Cola? Oha, Alter, ja. Kann ich auch mehrere nehmen? Ne, schau. Oh, die Tag one, you greedy Noob. Ey! Ich hab doch gern mehrere gehabt. Oh, hast du... Hast du gekauft, Madcid? Ja, ich hab's gekauft. Ich bin aber gerade noch draußen. Das glaube ich kein Problem. Wir haben jetzt gegenseitig Madcids gekauft. Ist das auch eine Waffe? Was ist das denn? Aber stein. Das heißt, wir können uns gegenseitig richtig OP haben. Der hat sieben, sechs Ladungen. Und ich bin draußen. Ich bin auf dem Dachboden. Ich bin draußen. Ich glaube, wir müssen schlafen, you. Ja, wie soll ich reinkommen? Ach, die Tür ist noch offen. Ach, du kommst nicht mehr rein. Ach, die Tür ist noch offen. Okay, gut. Wir sind in einem Zimmer los. Hey, du kannst gerade nicht schlafen. Warum nicht? Soll ich nicht schlafen? Die Tür geht nicht zu. Okay, okay. Ich bin hail. Du bist lau. Jo, ich hab dich geheilt. Ja, Mann. Oh, ey. Das heilt ja richtig viel. Das war ein Charge. Das schürzt sich. Ich hab noch mal. Oh, Lüüü. Ich spielst voll. Halt du mich mal. Halt du mich mal. Kann ich mal offen hier dazu. Jawohl. Nice. Oh, ist halt mega krass. Okay, passt erst mal. So, ich hab noch vier Ladungen. Wo wirst du hin? Hätt ich mit dem Ball gelaufen. Ach so, bei mir warst du bei mir weg. Hast du dir die Cola genommen hier? Ja, ja, die hab ich auch, die Cola. Perfekt. Berge ab. Kann ich eigentlich mal sippen, Alter. Weißt du den Code noch? Ne. Schade. 5, 7, 8, 2 oder so. 5, 7, 2, 8. War es nicht nur mit einer 9? Ich glaub, 5, 7, 2, 8. Mit einer 9 oder so? 5, 7, 2, 8. Also, ich guck mal mal. Warum müssen wir den jetzt irgendwo eingeben? Den mussten wir irgendwo eingeben. Oh, ich glaub, das war hinter dem einen Gemälde. Da war so ein Save. Und ich glaub, da gab es nur noch cool. 8, 9, 2, 5. 8, 9, 2, 5. Ja, fast. Pizza Party gewonnen. Hey, warum hab ich jetzt das Abzeichen bekommen? Wir haben doch letzt... Also, wir haben den Pizza-Boss jetzt besiegt. Nice. Ich glaub, wir sind jetzt durch mit dem Spiel. Und jetzt müsste das neue Ende kommen, oder? Ja, ich glaub auch. Weil morgen werden wir entkommen. Okay, ich bin mal gespannt. Also, wir haben auf jeden Fall diesen Pizza-End-Boss jetzt gerade besiegt. Das war ein heftiger Fight. Aber mit dem Mad-Kit, was wir uns für 50 Kröten gegenseitig gekauft haben, lief das schon. Alles klar, doch kein Ende. Wir haben nochmal angeklopfen. Ey. Oh, der ist hingefallen. Egal, das geht's ja einfach auf Akro-Modus. Ich heil dich gleich. Ja, das Mad-Kit sind echt nice, Alter. Zack, wieder gefetzt, Alter. Er ist ja tot, ja. Müssen wir uns mal heilen? Ja, oder? Ich heil dich auch mal. Ich hab eh wohlgehalten. Nice. Hab dich geil. Was haben wir? Haben wir? Okay, okay, okay. Let's go, let's go, let's go. Was ist der Plan? Ich glaub, jetzt können wir, jetzt sind wir, glaube ich, ausbilden. Ah, finales Ende. Jetzt können wir das finale Ende auswählen. Nice. Nice. Okay, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Jetzt beginnt überhaupt erst mal das Video, Leute. Der Alarm geht an Check It Out. Wir müssen den Alarm... Okay, ab jetzt neu. Ab jetzt wissen wir noch nicht, was passiert, Leute. Okay. Okay, wir müssen checken, was der Alarm ist. Ja, geh raus. Aber es wäre auch gerne, wenn du uns rausgehen lassen. Soll ich nicht heilen nochmal? Wie sieht's aus? Nee, wär gut heilen, ne? Ich bin schon ziemlich gut geilt. Okay. Ja, man kann nicht raus. Das ist natürlich jetzt... Ein bisschen Pizza. Ah! Ah, der hat einen Unfall gebaut. Der hat... Oh, oh. Ach nee, der hat da geparkt. Ist das jetzt der... Da ist der Boss. Oh nein. Wir müssen gegen den Boss kämpfen jetzt, glaube ich. Er hat sich eine Cola geholt. Ja. Oh, nice. Na ja, mit seinem Tempo ist er ein ganz schöner Weg gewesen. Von unserem Haus bis dahin. Scary Larry, der Boss. Der Chef der Bande. Wir müssen jetzt... We need to escape now. Kämpf mir nicht. Wir müssen in Uncle Pete's Car. Da hinten, da hinten. Okay, 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 okay. Ist das Uncle Pete's Car? Oh, ich will fahren. Ich will fahren, Alter. Ah, nee, wir können nur hinten. Okay. Man kann ja nicht mehr aufstehen. Hä, was hast du da in der Hand? Eine grüne Pizza? Ja. Ist ein bisschen eklig. Die haben hier auf dem Nachboden gefunden. Mach mal schneller, da kommt Scary Larry. Oh, da ist noch eine. Wir müssen jetzt fahren. Stimmt, los. Ey, die lässt sich... Ey, was ist mit ihr denn los? Sie ist... Zeitlupe, ey. Okay. Jetzt hat sie es nice. Sind alle da? Sieht doch ganz schön mitgenommen aus schon. Muss einer. Da hinten ist einer. Müssen wir mit denen reden? Guck mal, da hinten läuft einer rum. Ach nee, das ist der Typ, den man sowas kochen muss. Stimmt, ich erinnere mich gerade zu. Okay, okay, okay. Weg hier. Was passiert jetzt? Okay. Wir fahren da jetzt lang. Geht geht. Ey, boom, 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 boom. Die Katze kam mit. Nein, nein, die Katze vergessen. Die Katze kommt doch mit, da siehst du doch. Die läuft einfach hinterher. Na, wir fahren zu Scary Larrys Haus. Das ist keine gute Idee, weil ich jetzt mal vermuten. Wir haben es halt ausgefunden. Bis der kommt, dauert es eh noch, Ben. Komm, lass mal gucken, was es dort so blieb. Mit seinem Tempo. Okay, erst mal. Denkst du, der fährt auch genauso langsam Auto, wie er geht? Naja, wir sind aber auch nicht unbedingt sehr schnell. Oh, Alter. Mega die Villa. Hey, guck mal. Der ist mitgekommen, der Bro. Der ist so sein Bart an. Ja, der ist echt heftig. Das Bart und Haare ist einfach eins bei mir. Okay, okay, okay. Oh nein. Er hat eine... Achso, wir haben die Bombe installiert. Achso. Jetzt rächen wir uns. Wir sprengen sein Haus in die Luft, Alter. Nice. 2,30. Okay. Wir müssen in 2 Minuten 30 so viel Damage machen, wie möglich. Okay, let's go. Was bedeutet Damage? Musst du dann sagen, kaputt schlagen? Ja. Kannst du jetzt schon? Achso, nee. Jetzt, jetzt. Okay, wahrscheinlich drin. Drin? Hä? Geht nicht. Ah doch. Habe ich was kaputt gemacht? 310? Ich kann es kaputt... Ach, jetzt haben wir. Jetzt haben wir... Okay, jetzt können wir. Alter. Weg damit. Ey, wir schalten irgendwelche Bonus-Sachen frei. Guck mal, wir müssen es schaffen. Boah, Alter. Ich mache richtig alles im Arsch in der Küche. Ey, wir sind gut, glaube ich. Wir sind gut. Ich mache seine Rosenkopf. Alter, der hat einen Koffer voller Bloxys. Bloxys-Colas, Alter. Das muss ich mehrmals schlagen. Ah, okay, Hammer. Pizzakartons hat der auch alles vor dir. Oh, ich kann seinen Brunnen kaputt machen. Ja, draußen geht doch. Mhm. Ich glaube, hier kann ich noch mehr kaputt machen, oder? Ja. Nice. Oh, Alter. Das war's. Alter, geht's ja am 100. Alter, das Haus ist richtig demoliert, ne? Das Ding hier. Dann hier. Sein Scary Lovey Purge University. Weg mit dem Kack, Alter. Blume weg. Pflanze weg. Okay, wir haben gleich den ersten. Müllsack? Ist das ein Müllsack? Award Most Collective. Ach, der hat die tollste Vasen-Kollektion der Welt. Tja, jetzt nicht mehr, Bro. Upsala. Boah, das ist aber schwer. Wir schaffen niemals alle. Ah, hier ist die Bombe. Okay, die sollte ich vielleicht nicht kaputt machen. Ey, wir haben noch nicht mal eins. Eins haben wir jetzt. Nein, haben wir es jetzt schon? Ich glaube noch nicht. Doch, doch, oder? Kann man das Auto kaputt machen? Ah, jetzt. Jetzt. Ah, eine Medaille ist das. Oh, da sind ganz viele Kisten. Hä, es ist mega schwer, glaube ich. Hä, wir kriegen halt safe nur eine. Die Rosen kann man auch kaputt machen. Ja, genau. Wobei, jetzt ist der Weg relativ kurz. Vielleicht schaffen wir zwei. Also drei schaffen wir auf keinen Fall. Aber vielleicht schaffen wir zwei. Okay, okay, ich muss weiter suchen. Ich finde hier nichts mehr, was ich kaputt machen kann. Komm, zweit, das kriegen wir doch hin. Ah, diese Kronleuchter vielleicht. Oh, die zweite ist so knapp, ne? Nice, wir haben die Silbermedaille. Fakt. Sehr schön. Hier schläft einer. Was? Hey, schläft so eine Wache, Alter. No joke. Hier ist noch übelst viel. Oh, vielleicht schaffen wir doch noch die dritte. Guck mal, wie wir jetzt nach vorne boosten. Alter. Ja, wir haben alles in dem Raum. Nein, es ist so knapp. Nein, es wäre ich im Bad gewesen. Das wäre die Goldmedaille gewesen. Egal. Oh, wir haben so... Oh, guck mal, was wir alles fangen. Nein, ich bin gerade hier. Die haben die nicht kaputt gemacht. Ja, und ich bin im Bad, aber auch nichts kaputt. Egal, Silber ist auch in Ordnung. Silber ist gut. Ja. Und jetzt explodiert die Bombe. Also, tschüssi. Gary Larry von seinem kaputten Haus. Aber das ist Karma. Der braucht sich gar nicht beschweren, Alter. Das ist ein Krimineller. Was ist mit ihm los? Der weint. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, der Bart ist abgeflogen, Alter. Scary Levy leg dich nicht mit uns an. Du Lusche. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr auch auf den zweiten Part gespannt seid. Genauso wie wir. Abonniert den Kanal natürlich auch kostenlos, um nichts zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Tschüss. Tschüss.